Um mit dem Feldsanitäter von Stufe 17 auf Stufe 18 zu kommen, müssen wir in der Region Silent Mountain, wo wir uns aktuell befinden, innerhalb von 60 Sekunden 10 Gegner töten, ohne entdeckt zu werden. Töten sie Gegner mit einer Mine, einer Granate oder C4 innerhalb von 10 Sekunden? Ja, wie viele Gegner? Also ich vermute einfach, dass das oder eigentlich ein und sein sollte. Weil alles andere ergibt halt einfach keinen Sinn. Wir werden aber dann ziemlich, ziemlich heftig. Und ja, dann müssen wir noch innerhalb von 24 Sekunden vier Gegner töten, während wir entdeckt wurden und ohne getroffen zu werden. Die haben doch den Hintern auf. Deren Hintern ist doch ganz klar offen. So, wo laufe ich denn eigentlich hin? Ich möchte eigentlich in die andere Richtung. Zur Hemlock Station oder wie die heißt. Jetzt habe ich Schluckauf, was soll das denn? Wenn ich an diese Aufgabe denke, kriege ich Schluckauf. So, die Hemlock Station ist die falsche Seite des Flusses, ist die denn? Okay, wir sind auf der richtigen Seite. Gut. Ähm, ja. Ist es das? Okay. Vier Gegner innerhalb von 24 Sekunden, während wir entdeckt wurden. Wäre vielleicht das, was ich zuerst machen wollen würde. Warte, schalte einfach wieder drauf. Zehn Gegner innerhalb von einer Minute, ohne entdeckt zu werden, ist halt auch hart. Aber, nehmen wir wieder diese Mutanschussdrohnen, dann ist es gar nicht mehr so hart. Ja, bei mir ist alles sauber. Ja, bei mir hier ist auch alles sauber. Oh Gott. Da hätten wir hier vier. Aber das Problem ist, wenn wir haben, dann hätten wir dann zwar vier. Ach so, scheiße, die kommen da rum. Moment mal, ohne. Warte mal. Hey. Oh, das war dumm. Das war saudum. Weiß nicht, wurde ich jetzt entdeckt oder nicht? So, das waren jetzt fünf. Das war aber eigentlich nicht beabsichtigt so. Ich hätte müssen die Drohnen zurückrufen. Wo ist die Station? Ach, die Station ist noch ultra weit weg. Das wird nichts. Ach so scheiße, ist das das Ding? Nee, das wird nichts ganz vergessen. Vor allem kommen wir da nicht rein, ohne entdeckt zu werden. Komme ich, äh... Keine Ahnung. Ja, das war, das war nichts. Dann, komm, da baue ich jetzt gerade noch mal neue Simultanschuss-Drohnen. Und dann... ...reisen wir zum anderen Ort hier. Hierhin vielleicht, wobei... Das ist ein... ...ein Murmur-Patrouillengebiet. Das könnte... Das könnte... Ich meine, Drohnen sind auch Gegner. Na, Drohnen sind auch Gegner. So, wo ist denn hier... Von hier aus gesehen? Rechts von mir. Da ist das Drohnen-Gebiet. Wenn ich... Wenn man von den Murmus entdeckt wird, dann schwören die ja erstmal darum. Aber schießen noch nicht. Und dann steht hier nur Töten. Das steht nicht Erschießen Sie Gegner. Und dann steht auch nicht da, dass menschliche Gegner sein müssen. Das ist so... Wo nicht reingerendet, richtig? Bin ich ja richtig, sag mal. Jetzt links von mir. Ja, tatsächlich da vorne irgendwo. War ich da schon? Oh gut, da gibt es keine Belohnung. Okay, dann war ich wahrscheinlich noch nicht da. Ich höre sie ganz leise. Vielleicht sollte ich mir ein Fahrzeug genehmigen und... Mein Gott. Was eine Stolperei. Das sind zwei Wolves. Drei. Lass ich jetzt mal... Ausnahmsweise in Ruhe. So. Schauen wir mal, dass wir hier möglichst weit kommen. Was haben wir denn da unten? Was ist das links? Und da unten gibt es Geldkredits? Was? Was? Da gibt es Kreds? Ich will da hin. Sorry. Aber das Kreds brauche ich immer. Wo war das? Wo gibt es die Kreds? Ich muss die markieren. Moment. Karte. Karte. Ich kann sie nicht markieren. Verdammt. Da. Ich sehe sie. Also ich sehe nicht das Kreds, aber ich sehe es, wo es sein wird. Und im Fall noch schön ein Blümchen gepflückt. Und ich höre Drohnen. Wie viele sind es? Sind das nur... Sind das nur drei? Wollt ihr... Ganz toll. Sind das nur drei? Prima. Haben wir hier ein anderes Murmur-Gebiet vielleicht noch? Ach komm, ich gehe hier zu dieser Drohnen-Station. Und dann... Weil die ist auch ziemlich weit oben. Ach guck mal, hier gibt es Fahrzeuge. Moment mal, ohne. Warte. Das kann klappen. Von wem muss ich denn entdeckt sein? Innerhalb von 24... So, wie weit sind die weg? Sind sie denn jetzt? Da vorne? Gut. Okay. So. Hallo. So. Und jetzt? Eins. Zwei. Oh shit. Sind sie zu weit weg? Nein! Das dauert doch zu... Oh shit, jetzt sind die zu weit weg. Ah! Nee, ich kriege einen Anfall. Mann, 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 Mann. Die Idee war gut, aber... Naja, ob es geklappt hätte, steht auch in den Sternen. Warum wird mir das hier hart angezeigt? Obwohl ich die Hartmarkierung eigentlich aus habe. Weil Bugs. Deswegen. Gibt es noch andere? Da sehen wir keine anderen. Naja. Dann lassen wir die Mumus eben Mumus sein. Und dann... ...die alten Mumus. Der härteste Pulverschnee der Welt. Und dann schauen wir, dass wir zu dieser Drohnenstation kommen. Ich meine, vier Gegner müssten wir noch schaffen. Könnten wir vielleicht sogar... ...einen Hinterhalt schaffen. Mit... ...C4. Schade, dass man nicht wie bei Metal Gear C4 an die Gegner... ...kleben kann. Oh, oh. Schade, dass man nicht wie bei Metal Gear C4 an die Gegner kleben kann. Ähm, was ist das denn hier? Für... Sind ja gar keine Gegner. Sind ja nur diese... ...diese Kack-Drohnen. Sind hier keine Gegner. Gut, und Batterien. Batterie-Drohnen sind auch da. Eine. Amazon-Drohnen höre ich, glaube ich, noch. Ach, ne. Ähm. Ja, das ist... Alter, wie viele von den Drohnen gibt's hier? Okay, aber... ...hier gibt's auf jeden Fall keine Gegner. Für die ich einen Hinterhalt legen könnte. Und leider gibt es auch keine 10 Drohnen. Von denen. Jetzt hat ich immerhin etwas bekommen. Hm. Na ja. Das ist eine Tür. Ach, das ist... Ich weiß nicht mehr. Entweder von einer Nebenmission oder von irgendeiner Hauptmission. Da ist da jemand drin, aber ich weiß auch nicht mehr genau, worum's da ging. Aber in den Haupt- oder Nebenmissionen werden wir dort hingeführt. Also werden wir das... Wenn wir es nicht schon gesehen haben, ich weiß es gar nicht mehr, werden wir es dann auf jeden Fall noch sehen. Werden da unten noch im Moomoo-Gebiet. Und es sieht auch aus, als könnte man da eventuell sogar mit dem Fallschirm hin. Eventuell. Das sehen wir dann aber. So, das wäre genau geradeaus. Genau. Gut. Versuchen wir das Ganze nochmal. Weißt du was? Komm, ich mach mir jetzt mal eine Markierung dahin. Damit ich nicht immer suchen muss, wo das ist. Ich glaube, mit so einem Moomoo-Gebiet wäre es tatsächlich am einfachsten. Drüber. Nice. So. Wir sind jetzt aber mal hier hin. Wobei, das ist immer noch zu weit weg. Dann eben weiter. Nee, Fallschirm, Mann. Fallschirm. Du Sackratte. So, und wir haben hier wieder nur drei. Oh, sehr gut. Ich meine, das ist... Diese Drohne ist ein Gegner, der mich nicht... Also, der kann mich entdecken. Die kann mich entdecken. Aber sie kann mich nicht treffen. Sie kann nicht schießen. Ja, entdeck mich. Entdeck mich, du Sau. Genau. Genau. So, und jetzt hier. Eins. Ach, Mann. Ja, ja, genau. Flieg du mir hinterher. Zwei. Wo ist die dritte? Ich sehe die dritte Drohne nicht. Shit. Die mich aber. Verdammt, wo ist die? Dritte Drohne. Scheiße. Da. Na toll. Schon wurde ich getroffen. Lass mich ins Haus. Alter. Ihr seid aber Pinnedrand. Tja, so wird das nichts. Ich brauche die... Ich brauche die vierte Drohne. Genau. Ah, die dritte meine ich. Ah, da ist sie ja. Ne, ist sie nicht. Verdammt. Ne. Ich darf nicht weg. Ah, da. So. Jetzt aber. Schnell. Ah, das war das war ein Team. Ah, nice. Es hat geklappt. Haha. Gut. Gott sei Dank. Immerhin. So. Damit wäre die nervige Herausforderung Nummer 1 schon mal erledigt. Hiiii. So. War in dieser Kiste noch was drin für mich? Oder? Erstmal nach. Da verarzt. Ne, die Kiste ist nichts mehr für mich. Was willst du denn da hinten? Mein Gott. Ich unterschätze die Reichweite etwas. So. Gut. Okay. So. Als nächstes steht auf dem Programm. Gut. Dafür wären die drei eigentlich gerade ganz gut gewesen. Gegner mit Mine, C4 und Granate. Mine, C4 und Granate. Also ich schätze mal, dass es ein Und sein soll. Dafür würde ich tatsächlich aber wieder etwas benötigen. An die Amon-Drohnen kann ich C4 dranpappen. Das geht. Hätte ich aber keinen Minen-Kill damit. Es wäre aber ein sicherer C4-Kill. Aber um da hochzukommen, ist ich da rum oder da rum. Pumpstation. Ach, das ist das Teil. Darum am besten dafür eignen, würde sich eigentlich auch wieder eine Patrouille. Vor allem muss ich aber diesen Perk hier wieder wegmachen. Denn ich will den Sprengradius dafür natürlich möglichst gering halten. So, aber wo gehen wir hin? Muss das in irgendeinem Gebiet sein? Nee, also es kann hier sein, muss aber nicht. Na gut, dann gehen wir hier rum weg. Irgendwohin, wo eine Straße ist. Weil die Straße ist auch direkt da, dann brauche ich nicht groß wegzugehen. Und da haben wir auch Motorräder. Was ist das? Ist das was zum Einsammeln? Ja. Welche Tiere machen hier die Geräusche? Ich höre eine Wolf-Patrouille. Juhu, juhu, juhu. Und überhaupt Tiere? Keine Ahnung. Habe ich mir die Motorräder natürlich doch nicht geholt. Naja, wir werden schon ein Fahrzeug finden. Oder bekommen. Oh, Gold. Glaube ich. Sieht aus wie Gold, oder? Ja, könnte Gold sein. Das ist eine Straße und ein Konvoi. Oh mein Gott, ein Konvoi eignet sich super dafür. Ich muss nur da hinkommen. Ich muss einen Hinterhalt legen, schnell. So. Ähm. Und ich muss die Sachen hier ausrüsten. Also, C4 haben wir. Das MK2-C4. Das würde ich ersetzen durch MK1-C4. Dann, äh, Splittergranaten. Auch MK1. Was war es noch? Minen, ne? Minen. So. Zuallererst hier C4 hin. Keine Ahnung. Drei. Dann Minen. Etwas weiter vorne hin. Reicht zwei. Oder auch drei. Und dann muss ich schnell... Äh. Vielleicht in Deckung gehen. Ich glaube, für mehr reicht die Zeit nicht mehr. So, wo liegt die denn, äh... So, wo liegt die denn, äh... Sondern muss ich hier... Müsst du das gleichzeitig machen, oder? Ne, innerhalb von zehn Sekunden. Okay. So. Okay, ich muss aufpassen. So, C4 ist ausgewählt. Wenn die Mine explodiert... So, und jetzt die Granate. Ne, ne, fahr nicht weg. Fahr nicht weg, du Sau. Das sind schon wieder mehr als zehn Sekunden. Ihr wollt mich doch verarschen. Da. Nein. Nein. Ihr Sackratten. Mann. Ist doch nicht wahr. Ja, komm. Töte mich. Guck mal, ich... Benutze sogar meine Heilthrone. Einfach dann... Pff, toll. Hat noch nicht mal als Benutzung gezählt. Ich würde sagen, einfach, damit ich schneller sterbe. Ah, verdammt. Es war so gut. Die Idee war so gut. Aber ich hatte eigentlich ja gehofft, dass ich mit dem... C4 den Lasterkrieg. Und dann auf das letzte Fahrzeug die Granaten werfe. Verdammt. Ich brauche, äh, Ausweich... Ausweichgranaten. Mit größerem Sprengradius. So. Hm. Okay, die Idee war gut. Das Problem ist, einen Konvoi kriegen wir halt nicht so zuverlässig. Sonst könnte man ja ganz easy Konvois farmen. Ich springe jetzt einfach mal da runter und gucke. Vielleicht kann ich ja auch... Mit... Ja, so einer Dreierpatrouille. Da unten laufen... Es sind nur zwei, ne? Ja, es sind auf jeden Fall nur zwei da unten. Wir brauchen mindestens drei. Idealerweise würden die auch nicht rumlaufen, sondern stehen. Aber... Warum... Warum haben die Pflanzen warm? So, das sind leider nur zwei. Tschüssi. Euch brauche ich nicht. Da unten ist eine größere Straße. Das muss ja nicht da sein, ne? Aber es waren nur die zehn Gegner. Unter 60 Sekunden war es eine Höhle. Ach, das ist die Höhle, wo die... Ja. Ich erinnere mich an die Nebenmission. Ach man, der Konvoi wäre so gut gewesen. Mann, wie es mich ärgert. Komm, noch ein bisschen Auftrieb. Komm, bitte. Ah, schade. Der Konvoi wäre perfekt gewesen. Ich will noch ein Konvoi. Ich will noch eine Chance. Hm. Ich höre, da hängt denn irgendjemanden. Ein freier Patrouille, guck mal an. Die kommen wahrscheinlich hier hoch, ne? Das Problem ist, sie sind immer so dicht beieinander. Vielleicht kann ich die auseinander locken. Locken. Ja, hier gibt es auch nichts zu melden. Oh shit, da sind sie ja schon. Hallo, guck mal. Wir sind viel zu dicht beieinander. Was war das denn? Das war nix. Keine Sorge. Kann ich jetzt einen anderen da hinlocken? Kein Kontakt bisher. Das habe ich. Das weiß ich aber nicht, was... Alter. Ja, genau. Geht ihr das mal... Oh Gott, der guckt da hoch? Ui, hat er zu mir hochgeguckt. Äh, tja, das wird nix. Ich mein, ich kann da unten ein C4 hinlegen. Ich kriege einen Anfall. Wie konnte ich denn jetzt anstatt dem C4 die Granate auswählen? Oh Gott, der guckt da hochgeguckt. Weiter, du! Bleib in die Hände! Oh Gott! Oh Gott! Ob das geht? Müsste eigentlich gehen, ne? Dass man hier einen auf Selbstmordbomber macht. Bevor ich die weglocke, muss ich eigentlich schon die Stellen, wo ich sie hinlocke, präpariert haben. Im Idealfall, weil auf der einen Seite C4 und auf der anderen Seite eine Mine oder mehrere. Hä? Da sind gerade Reifen gewachsen. Da wachsen Reifen. Ähm, ja, auf der einen Seite Minen, auf der anderen Seite C4. Und wenn die Minen losgehen, das C4 zünden und dann den einen übrig gebliebenen mit einer Granate vernichten. Eigentlich könnte ich da generell sowieso die, die, äh, MK2 Granaten nehmen, weil es lebt ja dann eh nur noch eine. Und die Granaten sind eh das letzte, was ich benutzen werde. Sind nur zwei, ach man. Das ist auch Nummer zwei. Ich habe gerade eine ganz fiese Idee. Die Thronen zählen ja als Gegner. Also auch die Thronen, die, ähm, Thronenträger auf dem Rücken tragen. Wenn ich es schaffen würde, drei Thronenträger irgendwo zu finden und auszuschalten und die an bestimmte Orte zu legen und die dann halt nacheinander mit Mine, äh, C4 und, äh, 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 Granate dann, äh, dann halt die, die Thronen wegzusprengen vom Rücken, dann hätte ich es auch geschafft. Aber wo findet man mal drei Thronenträger, ne? Was wäre aber, ich brauche nur einen. Wo kriege ich einen Thronenträger her? Wo waren wir auf Qualim Island, wo es diese vielen Thronenträger gab? Thron, das war hier, ne? Ne, gar nicht. Hier war das. Außenposten, Red Phoenix, genau. Da waren hier oben in dem Bereich, ich glaube, zwei Thronenträger. Ich bräuchte eigentlich nur einen. Dann müsste ich auf dem Patrouillenweg vor einem anderen eine Mine legen oder jemanden dahin locken. Und dann, wenn der auf die Mine tritt, noch einen dritten dann natürlich mit einer Granate töten oder die Granate so werfen, dass die Drohne, dass nur eine Drohne vom Rücken des Thronenträgers zerstört wird. Aber in dem Bereich hier ist halt kaum Sicht, ne? Gibt es hier auch noch irgendwo Drohnenträger? Nicht so viele, ne? Hier gibt es halt nicht so viele Drohnenträger. Aber weißt du was, ich probiere das jetzt aus. Wenn es nicht geht, gehen wir halt nochmal auf... Ich markiere es mir hier. Wenn es nicht klappt, dann gehen wir halt wieder auf die Hauptinsel zurück. Aber das wäre eine Idee, zumindest. So, das ist wo? Da hinten. Ich setze mich mal noch kurz ans Biwak. Hallo. Und einfach nur, um die Munition wieder aufzufüllen. Und die Tageszeit nochmal zurückzudrehen. Damit es jetzt nicht zusätzlich zu dem ganzen Nebel noch dunkel wird. Ich hoffe... Ne, jetzt spring doch mit dem Fallschirm ab, Digga. Ja, geht doch. So. War das auch hier? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Doch, das war hier. Bin mir jetzt sehr sicher. Hier war der Mini-Vulkan-Vulkan. Da oben war ein Scharfschützer auf dem Dach. Und der Mörser. So. Dann schauen wir mal. So, die Markierung können wir wieder löschen. Zack. Hey. Hier haben wir einen Thron-Piloten. Das ist sehr gut. Der läuft jetzt weg, leider. Da ist ein Scharfschützer. Und da ist noch einer. Oh Gott, das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt. Ja, ich müsste... Die Frage ist, kriege ich das so hin? Den Scharfschützen müsste ich ausschalten. Eigentlich will ich die alle ausschalten, so. Wo hätten wir denn dann noch eine... Noch einen Gegner, an den wir gegebenenfalls mit einer Granate erwischen könnten? Vielleicht von da oben aus oder so. Hier ist halt keiner drin, ne? Da unten ist auch keiner. Doch da, da ist noch ein Thron-Pilot und ein Funker. Ich schalte die da oben aus und den Thron-Piloten und dann schleppe ich den da hoch. Ich hoffe, dass ich nicht entdeckt werde. Das mache ich. Die größte Gefahr hier unten ist der Funker. Generell halt entdeckt zu werden, ist eine große Gefahr hier. So, aber ich schnappe mir die Simultanschuss-Drohnen einfach, um kein Risiko einzugehen, denn die Situation hier ist einfach gerade viel zu gut. Die ist gerade viel zu gut, um das irgendwie in den Sand zu setzen. Ich darf das nicht in den Sand setzen. So, wir haben hier den anderen. Dabei fehlt nur noch einer. Ich darf halt auf keinen Fall entdeckt werden. Der andere, der bleibt nur vorne, oder? Und wenn der nur vorne bleibt... Wie da ist er doch, guck mal. So, ich lege die jetzt alle hier auf die Fläche. Also die Thronenträger. So, welche Taste war das? F. In anständigem Abstand zueinander, natürlich. So, ich hoffe, dass die Thronen trotzdem noch zerstört werden. So, der andere müsste da irgendwo liegen, ne? War der schon mal am Hochgehen? Ja, gut, der kann hier liegen bleiben, das ist in Ordnung. So, jetzt muss ich mir noch die anderen, weil dann stehen die immer noch da hinten. Ey, ist gar nicht mehr so verkehrt, wenn es dunkel wäre, ne? Ja, die stehen immer noch da. So, hier nochmal die auspassen. Doch, muss ich so machen. So, weh, das klappt nicht, ne? Dann muss ich aber echt... Ich glaube, ich werfe den anderen doch nochmal vom Dach runter. Damit die Thronen sichtbar sind. Oder vom Stein oder so. Will nicht riskieren, dass die Thronen nicht zerstört werden, nur weil die halt im Boden drin liegen. Weil der Typ auf dem Rücken liegt. So. Ja, da hast du vollkommen recht, mein Freund, vollkommen. Ihn hier muss ich auch nochmal irgendwie wegwerfen. Ja, man weiß sich halt so, wenn man eine Zeit lang Breakpoint spielt, weiß man sich halt zu helfen. Vorausgesetzt, es funktioniert auch. Wenn es nicht funktioniert, dann... Naja, dann... War es aber zumindest ein Versuch wert. Aber ich weiß... Von... Aus diversen anderen... Äh... Gelegenheiten... Dass die Thronen auf dem Rücken als Gegner zählen. Denn die zählen auch als Gegner, wenn sie eingesetzt werden. Aber die sind vorher nicht neutral. Also die sind immer als Gegner. Die sind immer Gegner. Ich hoffe, dass der andere Scharfschütze ganz da hinten mich nicht entdeckt. Oder dass da irgendwie eine Autopatrouille vorbeikommt oder sowas. Das wäre halt echt doof. Aber sagt mir noch einer, Golem Island wäre für nichts gut. Für High-Level-Gegner sind die immer... Das ist Golem Island perfekt. Aber der eine liegt ja da vorne. Jetzt schaue ich mal. Wobei mit... Vielleicht reicht es schon, wenn ich den da runterwerfe. Ist der andere despawned? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, der liegt noch da. Wenn der despawned ist, dann... Weine ich aber. Aber sowas von. Nee, da liegt er. Gut. So. Und jetzt werfe ich den einfach mal hier runter. Flieg. Lande bitte auf dem Bauch. Ja. Nice. So. Sehr gut. Das ist Nummer eins. Den anderen dann da hinten runter. Oder... Da runter. Ja, vielleicht schmeiß ich den auf dem Dach. Wie damals schon. Wobei, das war auch nur eine knappe Geschichte. Und der da hinten kriegt C4. Und ich hoffe, es zählt. Ich hoffe, es zählt auch, wenn ich eine Mine durch einen Schuss auslöse. Wenn das nicht zählen sollte... Ja, dann... Ist blöd gelaufen dann. Ach, stimmt. Man kann ja gar nicht. Vielleicht rutscht er ja weit genug runter. Nö, tut er nicht. Und er landet auch auf dem Rücken. Das ist doof. Ah, nicht ganz runter. Nicht ganz runter. Geh hoch. Nomad. Geh hoch. Nomad. Mach keine Faxen. Kneckes. Ich führe eine Patrouille. So. Ja, komm. Auf den Bauch. Auf den Bauch. Ja. Ah, nice. So. Gut. So, jetzt legen wir erstmal bei dem anderen da hinten. C4. Steht ja nicht gleichzeitig. Innerhalb von 10 Sekunden. So. So, bei ihm hier legen wir... Wobei, auf Treppen ist immer so eine Sache, ne? Wenn ich Pech habe, wird das gar nicht erkannt. So. Habe ich es auch richtig ausgewählt? Ja. Ja. Da habe ich das hier auf... Was? Digga. Dein Ernst? Einfach auf, um auf Nummer sicher zu gehen. Kann man da noch eine da dran pappen? So. So. Also wenn die Drohnen hier nicht zerstört werden, dann weiß ich es auch nicht. So, dann... Äh... Runterschießen kann ich besser treffen. Und machen wir hier Minen hin. Kann ich nicht hier hinsetzen? Oh, verdammt. Ich sehe die nicht. Aber die Mine sehe ich aber. So. Ich muss... Ich will auf Nummer sicher gehen. Es darf einfach nichts schief gehen. Da noch... Darf sie nicht zu nahe setzen. Sonst explodiert sie direkt. So. Okay. Die Granate. So, Granate. Kann ich von hier aus die... Ja, da. Okay. Dann Granate. Hier hin. Puh. Und... C4. Ähm... Die Drohnen sind alle noch heile. Die Drohnen sind alle noch heile. Toll. Das habe ich einen ganzen Haufen bei Lava gemacht. Und... Die Drohnen sind alle noch heile. Die sind alle noch heile. Sogar die hier. Was soll der Bullshit? Da habe ich so viele Zeit und Energie darauf verschwendet. Gut. Immerhin haben die nichts mitgekriegt. Mann. Was ein Scheiß. Was mache ich jetzt? Zwei. Aber wobei, nee. Brauche ich gar nicht weiterzumachen. Zählt ja nicht. Musst ja in der Region sein. Mountain sein. Ich dachte gerade, da könnte ich da wenigstens mit den Drohnen. Da hätte ich schon mal sechs Gegner. Mann, wie nervig. Gib mir wenigstens noch die Drohnen-Teile. Mann. Okay. Okay. Also zurück zu Plan A. Wieder zum Biwak am Herresforst, würde ich sagen. Dort ist ja fast immer eine Dreier-Patrouille. Und da kenne ich auch ungefähr den Patrouillen-Weg. Also bis wohin die laufen. Weiß also entsprechend. Ist keine Patrouille da? Nee, oder? Ah, doch. Da sind. Gut. Sogar ein Thron-Tracker dabei. Ach, verdammt. Warum werden die denn nicht weggesprengt? Mann. Warum sind die unverwundbar? Zumindest was Sprengsätze angeht. Oh, guck mal. Da sind auch noch drei. Okay. Das macht das Ganze tatsächlich komplizierter. Aber ich töte die so. Ich frage es, wo kann ich mich denn... Ich setze mich erst mal da vorne in den Busch und schaue mal, wo ich hier... Ich muss mich ja da drüben irgendwo noch auf die Lauer legen, theoretisch. Da ist ein Mini-Busch, in den ich rein könnte. So, die drehen wir jetzt gleich um. Ist hier auch ein Busch? Leider nicht. Aber hier ist hohes Gras am Wegesrand. Es dürfte eventuell auch genügend Deckung bieten. Wie weit kann ich denn so eine Granate werfen? Nicht sehr weit. Muss ich vielleicht doch wieder den... Aber dann ist der Sprengradius eventuell zu groß. Der wird um 20% erhöht. Wie viel macht das denn aus? Ja gut, macht jetzt eigentlich auch nicht so viel aus. Aber ich kann halt weiter werfen. Das ist wichtig. So. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Kann ich schon mal verraten, so viel. Das ist natürlich... Da ist ein Konvoi. Konvoi wäre perfekt. Hier ist absolut nichts. Ja, hier sieht es genauso aus. Ich bin am Überlegen. Das Problem ist da hinten, wo die langfahren. Das ist noch ein Checkpoint. Und da kommt hinten dran, kommt eine Fabrik. Hier die, die hat eine Farm. Die biegen bestimmt hier ab, oder? Wenn sie da weiterfahren würden. Aber ich komme halt nicht dahin, ohne entdeckt zu werden. Und dann ist da schon wieder alles... Am durchdrehen. Wenn ich da ankomme. So, äh, Minen. Vielleicht kann ich... Kann ich einen vielleicht dahin locken? Kann ich mich hier in dem hohen Gras überhaupt verstecken? Ja, kann ich. Gut. Dann lege ich mich hier mal... ...ein paar Minen hin. Ich habe nur noch eine. Mache ich mir halt eben gerade schnell neue. Was soll's. Sprengstoff habe ich ja genug. Kommen Sie mit Harnschussdrohnen auch gerade. Und Rittergranaten auch. Und C4 auch, weil es so schön ist. Und wir es brauchen. Und kommt dann, wenn wir schon dabei sind, auch gerade noch die Spritze. So, dann haben wir wieder alles. So. Äh, wo habe ich die Minen jetzt hingelegt? Weiß ich nicht. Irgendwo dahin, ne? Machen wir hier überall mal. Ist ja egal, wo er hier hintritt. Auf jeden Fall betroffen wird. Nein, hier bei mir ist gar nicht. Äh, mein Gott ist doch so. Anderen. Hier hin. Das kann ich mal relativ gut. Oh Gott, wie groß ist das? Nein! Ah, wie dumm! Jetzt habe ich ernsthaft G gedrückt gehalten, weil ich gucken wollte, wie groß der Sprengradius ist. Wie hohl. Nun, einer geht gucken. Ja, bisher hat er nichts. Das Problem ist, der wird mich haben. Wenn er kommt. Ach shit, ich muss mich verbuddeln. Komm, geh, geh, geh weg, Digga. Geh weg. Geh einfach weg. Nee, hau ab. Hier ist nichts. Ich seh mich mal um. Nee, hau ab. Aber bisher habe ich nichts. Mann, hier draußen ist tote Hose. Oh nee, Alter, hau ab. Hier ist nichts. Das ist nicht der Droide, den du suchst. Geh kacken, Mann. Ich seh mich mal um. Mann, nein, komm nicht zu mir. Komm nicht zu mir. Dann muss ich dich töten. Oh mein Gott. Komm, ist jetzt auch egal. Okay, Granate. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich habe keine Granaten mehr. Das waren in mehr als 10 Sekunden. Ja, tötet mich. Oh Gott. Oh Gott. Wegen einem dummen Fehler. Weil bei Minen kann man die Taste gedrückt halten und dann hält er die Mine noch in der Hand und dann sieht man auf dem Boden den Sprengradius. Bei C4 wird aber, wenn man die Taste gedrückt hält, das C4 gezündet. Oh Gott, wie dumm kann man sich anstellen. Die Folge geht schon wieder viel zu lange. Das gibt es doch nicht. Mann. Geht es vielleicht, wenn ich einfach für C4 hinlege und eine Mine. Warte, bis ein Auto drüber fährt. Gleichzeitig noch eine Granate werfen. Dann bieg doch ab. Dann geh doch zu netto. Mann. Alter Kackwurst. Sagen wir mal, habe ich nicht getroffen? Tatsächlich nicht getroffen. Ja, wird langsam spät, ne? Aber schön, dass wir das Fahrzeug schön außerhalb von von allem hier geparkt haben. Aber weißt du was? Ich stelle dir das mal gerade. Nur um wirklich sicher zu gehen. Die Sprache mal auf Englisch um. Och ne, muss neu genadelt werden. Nein. Na dann halt eben nicht. Dann mache ich es halt doch nicht. Ich wollte jetzt nur sicher gehen, dass... Dahinten haben wir auch noch eine Patrouille. ja, ich wollte nur sicher gehen, dass ich mit meiner Vermutung recht habe, dass es und ist. Brauche ich mal eine andere Möglichkeit, gibt es eigentlich nicht. Bist du erstmal bald tot? Ja, gut. Ja, gut. Wenn ich den da unten in C4 hinlege. So müsste ich aber nah genug rankommen. Denkt immer an unsere Mission. Ja, genau. Denkt immer an eure Mission, ihr Luschen. Oh, das ist sogar eine Fünfer-Patrouille da hinten. Das kann ich hier natürlich nicht gucken, wie weit ich das C4 werfen kann. Das war ja wohl gar nichts. Das ist ein Problem hier. Wart mal. Dreh dich mal um. Meinst du das? Ja, sehe ich genauso. Ja, finster. Ja, dann such dir mal. Ich muss nur aufpassen, nicht entdeckt zu werden. Als nächstes wäre eine Mine angesagt. Zug kommt mir jetzt gerade nicht gelegen. So, habe ich Minen ausgewählt? Ja. Oh, die sind ja näher, als ich dachte. Alles sauber. Ja, verstanden. Drüben, bewegt dich auch nicht. Das ist das Ding, der sieht mich, wenn ich da über die Straße ran. Andererseits könnte ich auch. Wie weit kann ich das nicht werfen? Wie weit ist das? Pff. Das ist halt einfach gar nicht gelandet. Auch gut. Laufen die nur bis dahin? Gut. Dann lege ich da vorne eine Mine hin. Hoffe, dass die anderen nicht... Weißt du was? Ich mache den Radius wieder weg. Was hatte ich? Na und persönlich. So. So, wenn weh ist, kommt jetzt ein Auto. So, hallo, ich lege dann hier eine Mine hin. Doppelte Animation. So, gehe wieder da hoch. Rüste schon mal Granaten aus. Beziehungsweise, ich muss zuallererst dann das T4 zünden. Bevor die da nämlich weggehen. Bitte lasse es funktionieren. Bitte. Und bitte lass mich nicht aus dem T4 Radius rausgelaufen sein. Und dann muss ich schnell eine Granat zu denen werfen. C4 ist, ne? So, das macht es gleich Bogen. Nicht aufschließen, ja. So. Granate. 20.000 für diesen Kopf. Ne, nicht wegrennen. Ihr Sackratten. Mann, das ist doch nicht wahr. Jetzt rennen die weg. Und die Granate war zu weit. Und die nicht. Hört doch auf mit dem Scheiß. Ich habe keine einzige Granate getroffen. Würdest du mich verarschen? Es war so gut. Die Ausführung ist so schlecht. Und es ist noch nicht mal die letzte Herausforderung, die wir noch machen müssen. Es war so gut, dass da jetzt so eine Fünferpatrouille war. Und jetzt ist natürlich keine mehr da. Und da ist auch so ein Ding nicht mehr. Ich gehe jetzt wieder nach Silent Mountain und mache zuerst die erste Aufgabe hier. Gott, ist das nervig. Und ich kann jetzt nicht mal sagen, okay, es liegt nur am Spiel, weil die Herausforderung so kacke ist. Nein, es ist halt leider wirklich schlechte, miese Ausführung meinerseits. Zehn Gegner ohne entdeckt zu werden. Komm, go, Pumpstation. Boah. Sind wir hier auch in Silent Mountain? Nicht, dass ich das auch noch verbummelt habe. Ne, wir sind aber. Kondition auffüllen. Komm, dann gerade noch eine Verletzungsresistenz rein. Mann. Wie konnte ich das denn jetzt verkacken? Ich habe extra den Radiusding weggemacht. Dadurch konnte ich nicht mehr weit genug werfen und dann wurde ich hektisch und habe einfach keine Granate getroffen. Das war halt echt dumm. Dumm gelaufen. Es hätte vorbei sein können. Ich habe mich innerlich schon gefreut. Ach ja. Aber mit der Pumpstation habe ich auch ein gutes Gefühl für diese Herausforderung. Markiert habe ich sie schon. Gut. Ich muss nur irgendwie dahin kommen. Mit dem Heli wäre es natürlich geiler, aber einfacher, besser gesagt. Ja, es klettert doch da hoch. Da ist keine Wand. Mein Gott. Also ich kann normalerweise ziemlich lange Breakpoint spielen, ohne frustriert zu werden. Aber bei den, bei diesen Herausforderungen ist es echt eine Katastrophe. Ich habe sogar schon überlegt, ob ich die Teamkameraden nochmal aktivieren soll. Einfach, weil es dann einfacher ist. Weil ich, äh, zum Beispiel so 10 Kills oder so und dann mal mit, äh, Simultanschussdrohnen und KI-Kameraden zusammen. Äh, und in deinem eigenen Kill noch kannst du ja schon direkt, äh, 7 Kills auf einen Schlag machen. Aber, äh, ich wollte ja eine extra Herausforderung haben. Ich wusste halt nicht, wie schlimm es wird. Hinterher ist man immer schlauer. Aber hey, jetzt habe ich mir die Sache eingebrockt. Und jetzt ziehe ich das auch durch. So, wir sind fast am Overwatch-Punkt. Perfekte Kleidung für die Berge. Jetzt hatten wir echt die, die, äh, die letzten beiden Herausforderungen in 20 Minuten und in, äh, 27 Minuten. Und jetzt sitzen wir an dieser Herausforderung schon fast eine Stunde. Und das wird noch garantiert über eine Stunde, also mindestens eine Stunde 15. Also, so, hier haben wir einen, da haben wir zwei, da haben wir drei, vier, das sind dann fünf insgesamt. Sechs meine ich, oder? Und hier zwei? Einen? Okay, über zwei, vier. Achso, der andere ist bestimmt runtergelaufen, ne? Auf jeden Fall. Hätten wir da ein paar, dann... Wie weit ist, wie weit ist er denn weg hier? Er ist weg, 300 Meter, das ist leider zu weit für die Simultanschussdrohnen. Ich würde mir da gerne einen Timer stellen, das mache ich dann auch gerade mal, separat beim Handy. Äh, Timer. Neun Timer, eine Minute. So, ich hoffe, das Display bleibt dann auch an und geht nicht aus. So, aber ich kann auf jeden Fall Simultanschussdrohnen. Ihn hier, so dass er nicht explodiert. Den Scharfschützen hier. Äh, und ihn hier vielleicht. Hätten wir schon mal vier dann. Mit meinem Kill. So. Ich warte, bis der dahinter der Deckung liegt. So. Damit haben wir vier. Fünf. Ich brauche noch ein paar mehr. Ich brauche noch ein paar mehr. Ja, komm näher, komm näher. Warte, da habe ich noch ein Scharfschütze doch. Da. Komm, dann explodiert er halt. Aber ich bin ja noch nicht wirklich entdeckt. Das waren jetzt zwei weitere, das heißt, äh, sechs? Ich weiß es nicht. Wie weit war ich denn vorher? Eins. Wo ist der andere hin? Weg. Scheiße. Ja, Rücktour aus. Da. Oh. Das war die Minute. Verdammt. Hat aber noch gezählt? Das muss aber auf die letzte Sekunde gewesen sein. Ich meine, ich habe den Timer natürlich, äh, gestartet, bevor ich geschossen habe. Okay, aber, ich beschwere mich nicht. Okay, es hat gezählt. So. Zurück zu unserer... Diese Herausforderung hat jetzt drei Minuten gedauert, ne? Zurück zu unserer, äh, Hassforderung. Während des Kampfes nicht verfügbar. Dann lasst mich doch einfach sterben. Dann kann ich mich auch wieder wegteleportieren. So. Dann wieder zum, zum Harris. Ich finde, also für die Positionierung ist das eigentlich das Beste. Beim ersten Mal habe ich den Fehler gemacht, dass ich a, die Minen zu nah an die Straße gelegt habe. Und B, noch viel wichtiger, dass ich C4 gesprengt habe, während ich im Radius stand. Ähm. Und beim zweiten Mal, das war einfach eine reine Katastrophe. Habe ich diesen Perk jetzt nochmal? Ja. So. Den Weitwerfperk. Ich habe da halt gar nicht mehr dran gedacht. So. Schaue ich mal nach. Wie sieht es hier aus? Wahrscheinlich nicht mehr gut. Kleine Dreierpatrouille. Die sterben alle durch eine Mine. Das ist schlecht. Hier haben wir eine noch kleinere Nullerpatrouille. Das ist noch schlechter. Naja, dann mache ich es so, oder ich versuche es so, wie ich es ursprünglich geplant hatte. Kann ich da auf der anderen Straßen seit irgendwo in Deckung gehen? Ja, das sind genügend Büsche. Das ist sehr gut. Also, dann mache ich es so, wie ich es ursprünglich mal gesagt hatte. Beim ersten Mal schon. Ich... ...präpariere zwei Stellen. Einmal Mine, einmal C4. Und dann... Meinst du sie? Ich weiß nicht, ich habe noch Zeit, um drüber zu rennen. Ja, ich habe noch Zeit. Gut, gut. So. Setz mich mal an diesen Busch hier. Natürlich ist gerade so ein Bild, der großer Busch. Kann ich auch in den kleinen gehen? Geht das? Nein, zählt nicht. Knapp. So, die drehen um. Dann warten wir mal. Dann lege ich... Keine Aktivitäten. Ja. C4 vielleicht da drüben hin. Naja, die Minen weiter weg. Und C4 da näher hin. Also an den Baum oder so. Bei mir ist nichts zu sehen. Bei mir auch. Check. Ich bin jetzt natürlich genau in der Mitte von deren Patrouille. So, die Minen lege ich weiter weg. Habe ich gesagt. C4 da an den Baum. Laufen ja noch bis zu dem Baum, ne? So. C4 lege ich da hin. Oh Gott, ist der Radius groß. Klub. So. Also hier der Bereich ist Todeszone. Und die Minen lege ich dann so ungefähr da hin. Und wenn die da vorbeilaufen, logge ich einen da hin, einen da hin. Wenn das klappt. Wenn das klappt. Aber erst mal die Minen legen. Oh Gott, ich hoffe das klappt. Ich bin diese Herausforderung leid. Ich bin es absolut leid. Hier gibt es nichts zu berichten. Ja, hier ist auch alles ruhig. So. Am besten ein bisschen weiter weg. Denn wie wir wissen, explodieren die Minen gerne mal ein bisschen früher. So, hier. Damit es auch auf jeden Fall irgendwie explodiert. Wie soll hier denn jemand befördert werden, wenn mir jemand kündigt? Na ja, wie du meinst. Er ist hier hin. Den einen muss ich dann da hin locken. Geht das weit genug? Ja, den anderen da hin. Ich hoffe, ich werde dadurch nicht selbst gesprengt. Vielleicht bin ich noch zu nahe da dran. Kann ich da in so einen Busch rein? Das wäre perfekt. Ja, ich kann da rein, aber es bringt mir nichts. Verdammt. Muss ich da hin? Ich hoffe, die kommen mir nicht zu nahe. Und ich hoffe, das C4 liegt nicht zu nahe. Diesmal drücke ich aber nicht G. Um zu gucken, wie weit es geht. Hier bewegt sich gar nichts. Ja, es bewegt sich schon was, aber... So, der Stress beginnt gleich. War da ein Geräusch? Nö. Was war das denn? Ich wollte mir sowieso die Beine vertreten. Genau, geh du da hin. Ich tue doch was nicht. Such weiter. Da, wo kann der andere bitte dahin gehen? Was war das denn? Äh, hier drüben ist alles ruhig. Na dann, los geht's. Bleibst du mal in dem Radius da? Nee, geh du weiter. Meine Fresse. Hier ist nichts. Ich wechsle den Sektor. Nee, Mann, bleibst du da hinten. Das läuft nicht nach Plan. Geh du mal da hinten hin, Mann. Ich suche immer noch. Komm auch. Aber bist du erfülllos? Nee, ich komm auch. Da hin. Du Kackwurst. Du alte. Stinkende. Ich halte meine Ausschau, aber ich glaube, hier ist nichts. Doch, da ist was. Glaub mir. Du bleibst da. Mann, hier draußen ist tote Hose. Was ist das denn? So. Wir haben eh nichts zu tun. Da hin weiter. Keine Ahnung. Ich hab hier nichts gefunden. Da hin weiter. Geh weiter. Digga, geh weiter. Und du gehst wieder zurück dahin. Kein Kontakt bisher. Trotzdem. Und du gehst da hin. Ich suche weiter. Nein, du gehst da hin. Sag mal, geh doch mal in den Sprengbereich. Sprengbereich. Sucht weiter. Okay, dann los. Die Mine liegt hinter dir. Äh. Keine Ahnung. Ich hab hier nichts gefunden. So. Scheiße. Wir haben es geschafft. Ja. 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 Oh Gott. Stufe 18. Oh, Amen. Amen. Um Gottes Willen. Also. Die Definition von schwere Geburt. Alter. Schwede. Gott sei Dank. Eine Stunde und sechs Minuten oder sieben. Meine Fresse. Und so schnell. Das hätte es hätte vorher schon so gehen können. Das war erst eine Sache von fünf Minuten oder von zehn. Zehn Minuten oder so. Na ja. Hauptsache wir haben es geschafft. Ich brauche erst mal zwei Wochen Urlaub. Dann bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns. Ich freue mich auf dich. Vielen Dank.